Du hast jetzt Corona, das ist nicht gut. Du wohnst ganz alleine, hoffentlich verlässt dich nicht der Mut. Willst du auf der sicheren Seite stehen, musst du ein paar Regeln sehen. Gründlich Hände waschen, das ist richtig. Zwei Meter Abstand halten, das ist wichtig. Niemand hätte das gedacht, was das Virus mit uns macht. Du allein in deinem Raum fühlst dich ganz so wie in einem Traum. Hoffentlich hat der Albtraum bald ein Ende und wir reichen uns die Hände. Halte durch, das Licht im Tunnel wird immer größer und du kannst wieder lachen. Und es wird jemand kommen und dir Freude machen. Das Licht im Tunnel